Ah, hallo. Hallo, Simon. Guten Tag, Brot und Salz für unsere neuen Nachbarn. Oh, wie schön, danke. Wie wär's mit dem Weinbrand? Gern. Ich hab da einen ganz besonderen. Ja, bei Weinbrand gibt's feine Unterschiede. Mh, schön weich. Chantré? Gleich erkannt? Klar, mein Lieblingsweinbrand. Na dann, auf gute Nachbarschaft. Der weiche Chantré. Genießen Sie den feinen Unterschied.